Hallöchen, heute mal eine ganz andere Perspektive und ich nehme euch einfach mal mit an so einen wundervollen Tag. Musik 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 So, also jetzt ist es Abend geworden und ich werde natürlich noch ein bisschen weiterlesen, aber zwischendurch werde ich mich dann doch mal ein bisschen ablenken. Jeden Montagabend kommt eine neue Big Bang Folge, also The Big Bang Theory und die werde ich natürlich gucken und danach geht es aber weiter mit dem Lesen. Und ja, mal schauen, ich weiß nicht ganz genau, ob ich euch noch was hinten dran packe hinter diesem Clip, aber wenn nicht, dann sehen wir uns morgen wieder. Ihr könnt gerne auch mitmachen, ich würde mich sehr freuen und ja, bis bald, also bis morgen. Tschüss! Musik 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 Musik